Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir waren gerade auf einer Präsentation eines neuen Spiels und damit ist klar, wir sind hier bei YouTubers live. So, hier wird noch ein bisschen gearbeitet oder was hochgeladen, keine Ahnung. Wir machen einfach mal das Spiel auf. Unboxing mache ich ja nicht mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, hier scheinen wohl irgendwelche Videos noch gewesen zu sein. Also es macht so den Eindruck, als wenn es auch ein Bug wäre, dass hier oben, ach ihr seht den Mauszeiger gar nicht, na das ist ja schuld, dass diese Videos alle gar nicht da sind. Das ist ja krass. Was nehmen wir denn mal auf? Du nimmst auch mal ein Gameplay-Video auf und zwar auf deiner Station 4. So, zack. Hattest du nicht einen Auftrag? Nö, anscheinend nicht. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so nix tun. Übrigens wäre frei, du könntest das jetzt machen. Also er sollte ein Gameplay machen, da bin ich mir relativ sicher. Lass uns mal reden, komm. Lass uns mal küssen. Mir geht's nicht gut, Schatz. Du hast ein paar Tage in unserem Netzwerk verbracht. Anscheinend waren wir gut und 1. September. Das heißt, wir haben wieder Geld ausgegeben. Alles klar. Wie sieht's denn aus mit der letzten Karte? Hab ich genug Punkte? Ne, ich hab ganz wenig Charisma-Punkte. Scheint ein bisschen schwierig zu sein. Wie kriegt man denn Charisma-Punkte? Hier ist wieder alles super, weil ich auf einem Event war. Wir lieben uns und ja, ich weiß nicht, ob er arbeitet oder was er da gerade macht. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn an Netzwerktätigkeiten. Aufrufe 300.000 hätte. Das sollte ich ja mal so ganz nebenbei schaffen, oder? Tja, das große Preview, das Walkthrough, da sind wir gerade bei, aber da brauchen wir einfach ein bisschen Zeit für, weil so ein Walkthrough machst du nicht mal eben, weil du musst das Spiel vorher gespielt haben. So, er ist fertig. Komm, zeige ich das Ergebnis. Es kommt schon wieder irgendjemand rein und will mit mir irgendwo hin. So, hochladen. Reden. Nein, ich muss mich um andere Dinge kümmern. So, warum er zum Beispiel bei der 4 ist, ich hab keine Ahnung. Ich kann's euch nicht erklären. Natürlich haben wir eine Vertragsstrafe bekommen. So, du moderierst mal und bewirbst mal das Video. Wir bewerben immer mit dem höchsten Wert, ob das am Ende was bringt. Weiß ich nicht. Müsste man Statistik auseinandernehmen, aber das ist mir jetzt so blöd. So, ist alles hochgeladen. Er ist noch dran. Das heißt, du könntest eigentlich weitermachen. Du könntest ein Video aufnehmen. Und zwar machen wir jetzt das Walkthrough. Hier. Wir machen jetzt sozusagen das Preview. Ist voll in die Hose gegangen. Warum auch immer. Wir machen jetzt zweimal Gameplay und dann machen wir ein Walkthrough. Und ich hab das so verstanden. Walkthrough, da sollte man mindestens zweimal das Gameplay gemacht haben. Du gehst aber bitte immer noch an die Workstation 3. Alles klar? So, wir haben alles moderiert. Alles klar. Wir müssten ja eigentlich jetzt schon die... ... eigentlich erreicht haben. Keine Ahnung. Geld haben wir gerade genug. Alles klar. Dann gehe ich nochmal durch. Wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwo eine der... ... der Rechner aufrüsten müssen. Weil wir hatten ja tatsächlich bei meinem Rechner noch die falschen Kopfhörer. Die ganz billigen. Nein, stimmt nicht. Aber... ... geht doch. Einfach die alte mal da wegjagen, weißt du. Aber Schatz, du musst nicht eifersüchtig sein. Ich lasse gerade alle Dates mit den Leuten platzen. So, dann gucken wir den auch mal eben. Wir gucken sie nochmal durch. Das Gameplay, genau. Das Interesse steigt. So, wir sind da unten am Rechner. Sieht aber... ... ziemlich gut aus. Ja. Alles klar. Und dann würde ich den auch nochmal eben gerne aufrüsten. Und er macht das, was Geld bringt. Hoffentlich. Ähm. Nur mal eben gucken. Du musst ja nichts kaufen, nichts machen. Ist alles da. Alles klar. So, es rendert noch. Ja, es hat nicht geklappt. Wegen der, ähm, ähm, Masse an, äh, weiß ich schon. Raus und rein. Meldung und... Äh. Ich verstehe das immer nicht. Dieses hin und her und hö und hot. Was hast du denn gerade? Du müsstest doch auch noch irgendwas machen, oder? Wechseln die Sachen zwischendurch irgendwie, oder was? Ich habe ihm doch den Auftrag für den Walkthrough gegeben, oder nicht? Neue Karte verfügbar. Uh. Wir wissen natürlich, was das für eine ist, ne? Errungenschaft freigeschaltet. Kartensammler. Wir haben alle Karten. Verfügbare Karten. Ja. Alles klar. Wir sind auf dem Weg. Es geht um Blazing Spielunking, oder sowas. Spielauswendung. Hier ist in der Mache. Das wäre das Walkthrough. Ich weiß, ich gehe das nicht. Es sieht doch so aus, als wenn er das machen würde. Aber dem habe ich doch nicht den Auftrag. Alter, bin ich denn so verwirrt? Ja, das Netzwerk dürfte glücklich sein. Das haben wir auch schon erfüllt. Heute sind wir ja mal entspannt dran, wa? So. Ich mache mal hier meinen Job. Ich muss ja auch mal was tun. Vielleicht komme ich auch einfach nur durcheinander. Ich gehe mal davon aus, ich bin einfach alt und verwirrt und senil und bin ja auch schon über 20, also insofern natürlich eine Moderationsstrafe, weil Isaac. Hm, Schlappe. So, was können wir denn noch machen? Eine Koop? Ich hätte echt mal Bock auf einen Koop. Also wenn, dann könnten wir es ja jetzt machen, ne? Nee, warten wir mal erst. Ey, ihr fertig ist. So, das ist das Walkthrough. Da geht das Interesse schon wieder runter. Aber ich habe deutlich doch gelesen im Spiel, du sollst mindestens zweimal, ähm, ähm, ein Gameplay machen. Komm, wir powern das mal hoch. Das rendert ja gerade. Die haben ja alle nichts zu tun gerade, ne? Es gibt keine Strafe. Komm, wir moderieren gleich. Und natürlich bewerben. Weil hier geht es ja darum, dass wir Geld verdienen. Wir haben noch sechs Tage Zeit. Und da müsste ja erstmal wieder alles entspannt sein. Dann gebe ich denen jetzt mal ein bisschen Pause. Quatsch mal mit jedem so ein bisschen. Dann können wir auch mal irgendwo hin. Die Abo-Zahlen gehen nach unten. Wir sind mal bei zweieinhalb Millionen. Das müsste doch jetzt klappen, oder? So. Bei dir reden wir mal über die Yacht. Bei ihm müssten wir jetzt eigentlich fertig sein. Also, warum gehst du nicht ganz nach draußen, hm? So. Aufträge hat gerade keiner, ne? Das haben wir erfüllt. Das stimmt. Wir haben jetzt schon... Das war eine einfache Aufgabe im Netzwerk. Ne? Dann können wir ja mal ein Schläfchen machen. Oder wir können ja mal gucken. Gute Arbeit. Jawoll. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld verdient. Nicht, dass wir gerade zu wenig Geld hätten. Oder so. Was haben wir denn noch an Aufgaben? 1100. Ein Walkthrough. Speedrun. Speedrun ist so die hohe Kunst, ne? Ich würde ja gerne mal gucken, kriegen wir einen Speedrun hin? Wenn wir jetzt ein Spiel nehmen. Dieses Maximum Trade. Und alle arbeiten dran. Kriegen wir das dann hin? So, hier ist das Spiel. Alles klar? So, du fängst an. Video aufnehmen. Maximum Trade. Du machst ein Preview dazu. Komm, wir machen mal das volle Programm. Und das machst du bitte an deiner Workstation 2. Alles richtig. Perfekt. So. Dann können wir uns ja noch ein bisschen unterhalten. Nochmal über die Yacht reden. Wir sind bei 100. Alles klar. Dann versuche ich mal mit meiner Frau wieder zu reden. Das haben wir verdient. Nix. Weil in dem Moment, wo du das anklickst, ist es dann auch wieder weg. So läuft das eben in diesem Spiel. Haben wir schon wieder 12 Minuten rum? Okay, na. Ich finde das auch scheiße, dass die angesprochen werden und einfach nicht reagieren. Und irgendwo hinlatschen. Und du latschst wie so ein Vollarschtrottel hinterher. So, ich gucke nochmal. Für den Speedrun viele Gameplays und Walkthroughs. Okay, also. Wir sollen Gameplay machen. Das brauchen wir ja eh für den Walkthrough. Nee, das ist hier für 3. Ist ja dein Rechner. 3. Passt. Ja. Alles klar. Mach ich da schlimme Sachen? Können wir auch mal reden. Weil er kriegt nämlich jetzt auch einen Gameplay-Auftrag. Ich könnte ja was twittern. Ich mach mal diese Fußgeschichte. Mal gucken, was das... Hm, getrennt. Wo ist er denn schon wieder hin? Haben wir schon zu Ende gequatscht, Hasi? Kennst du Aru? Aru? Du nimmst bitte mal ein Video auf von diesem Spiel. Ein Gameplay. Und das machst du bitte an Nummer 4. Der wahrscheinlich jetzt wieder belegt ist, oder? Okay, wir haben ein Ergebnis. Hochladen. Würdest du mir mit einem Video helfen, das ich mache... Das bin ich doch selber. Na komm. Wir müssen ja auch mal was anderes machen, ne? Und das nutzen wir doch einfach mal als schöne Pause. So kommen wir ganz in Ruhe mal. Und können wieder entsprechend miteinander reden. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn du diesem Video auch einen Daumen nach oben gibst. Nimm dir gerne die Zeit, wenn du mich noch nicht abonniert hast, auch mal den Abo-Button zu drücken und vor allem die Glocke zu knuddeln, damit du nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns gerne morgen wieder, weil dann sollte theoretisch wenigstens die nächste Folge von YouTubers live kommen oder in der Zwischenzeit bei einem der vielen anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleib mir gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao.